Let's get ready to die. Komm, jetzt holen wir die Runde mal, ganz entspannt. Wo spawnen wir? Sollen wir links unten, Bootstapel. Ja, gehen wir links, Bootstapel oder? Ja. Gucken wir mal, was da so geht. Ich gehe nach oben Richtung Alpha, wenn da niemand kommt. Jörg, du guckst unten und der bei Beta halt. Jeder guckt zu sein Gebäude an. Das mit dem Schwingen ist mega obvi jetzt am Anfang. Denkst du kommst voll weit wohin und dann zieht es dich voll zurück. Na, Tapet Upgrade, leh? Alle müssen ja nicht heißen, alle. Ich habe da so eine Armourküste dabei, als ob du keine heiße Waffe, Alter. Ja, kannst du dir direkt ein Messer reinbestellen. Ja, genau, mach ich. Ich habe ja auch eine rote Kiste. Aber Messer, stellen wir schon mal ab. Ja, eigentlich schon, aber was soll ich machen? Am Anfang geht es halt ultra um Geschwindigkeit. Ich habe jetzt eine Granate und einen Molotow und so ein Stich, Alter. Nicht Geld. Eine Glock. Ja, das ist deine Skins. Oh, der Kiste ist jetzt ein Messer drin. Ja, Alter, Übel Troll, Level Over 9000, Alter. Ich glaube, wir sind alleine, gell? Ich habe ein Step-Track-Type, aber zwar habe ich das, weil ich den. Ja, das ist deine Skins. Oh, P90. Ja, irgendwo eine Zone. Auch nicht schlecht. Können wir das hier aufmachen? So. Ich bin kurz dran. Irgendwo Pistols gehen. Ja, bald wird hier die rote Zone kommen. Habt ihr hier schon gelootet? Ja, da war ich drin, dann. Hier drin noch nicht. Ich habe Sonne hin und ich halte Geld an. Oh, nice. UMP. Ich bestelle mal kurz Munition für die UMP. Okay. Da ist nichts, Jörg. Da war ich schon. Da müssen wir auch raus jetzt. Da kommt jetzt die rote Zone. Drohne. Drohne ist gleich bei mir. Hier muss einer direkt vor uns sein, in dem Bereich, in dem Hexagon. Boah, wie mies wäre das, wenn du die Drohnen von den anderen abschießen könntest. Ja, das wird's. Ja, das wird's. Ah, ich habe es noch zu spülen. Alle zahlst 1000 für 16 Kugeln. Ich werde eingeschossen. Von unten. Jörg, da wo ich gesagt habe, wo ich schon war. Wo ist der? Nice. Da müsste aber jetzt vielleicht nochmal welche sein. Da hinten auf dem Pier steht einer oder was ist das, hä? Das sind ja immer Dreier-Premates. Das ist ein Hostage. Hier sprengt einer was? Down. Der hat eine Bombe gelegt, da muss man aufpassen hier. Dann, ich check mal die Leichter, was da drin ist. Wie groß ist der Explosionsradius? Weiß ich nicht. Ich gehe mal in den Bunker runter. Ich bin down. Wo warst du? Ich wollte gerade zu der Leiche dahin laufen, die da schon war. Dann war das ein Premate wahrscheinlich. Marc, hast du eine Waffe? Ja. Willst du lieber die nehmen? Ist vielleicht besser. Steep Shotgun. Wo war die Leiche von der Leiche, wo wir gerade produziert haben? Nach vorne wollte ich hin. Und da, wo die Bäume jetzt links von dir wurde ich getötet. Wo hier. Steppt irgendwo. Das ist meine Leiche. Nice. Ja, da war das. Da hat er einen Schotzen gehabt. Das ist meine Leiche. Das ist meine Leiche. 6 Enemies remaining. Geld, Kohle, technisch sieht es nicht so gut aus. Was ist das hier? Ein kaputtter Taunt. Welche Schot findest du besser? Die, was du jetzt hast, die Sorte ist die schlechteste. Ja. Besser, ja. Da hat sie ja auch. Sollen wir die gleiche, oder was? Alles sauber, ja. Also wir sind jetzt. Wir können jetzt oben so ein Squad. Das ist unterschiedlicher. Jetzt würde ich die Munition hernehmen. Wir haben abgesägte Schrotzen. I'm done. Ich habe keinen Empfang hier unten. Wie abgefuckt ist das? Wo bist du, Mark? Ach da, okay. Ich bin in diesem Bunker drin. 4 Enemies remaining. 4 Gegner noch. Du bist draußen, oder wie? Ja, ich bin draußen. Supply Drop kommt hier. Sollen wir noch auf den warten? Auf den Supply Drop. Einer ist weg, einer ist hier rechts irgendwo. Das ist einfach campen, da kommen bestimmt welche. Hast du was angefordert? Ja. Oh nein. Oh, die Liste, die rote Ding kommt. Oh Mann. Da unten ist einer. Einer down. Weiß nicht, ob der noch weiß ist. Two Enemies remaining. V-Hein. Nice. One enemy remaining. Ich muss kurz hinten looten. Da ist auch mal ein Vier. Da wird der doch drin. Ja. Der ist schon mal am Waffendrop. Wahrscheinlich. Kannst du Munition liefern? Der kommt bei mir. Jo, der ist hier. Unten. Nice Mann. Easy peasy. Lemon squeezy. hat er wollte mir noch so eine zum sprengstoff vor die schnauze